Die beliebte SPD-Chefin Saskia Esken fordert erneut eine Prüfung des AfD-Verbots. Wir gucken uns die Lage ganz genau an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD tatsächlich verboten wird. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist und kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und die Nachrichten überschlagen sich gerade mal wieder. Hier beispielsweise bei Apollo News sehen wir das Ganze. Esken will AfD-Verbot vorantreiben, heißt es hier. Oder bei der Welt. SPD-Chefin Esken will AfD-Verbot immer wieder prüfen. Und ist das nicht interessant, dass zahlreiche Politiker sich dafür aussprechen, eine der größten und aktuell in den Umfragen auch zweitstärkste Partei deutschlandweit und in verschiedenen Bundesländern im Osten, die stärkste Partei, gerade dann ankommen, dass sie eben dieses Verbot fordern, ein Schelm der Böses dabei denkt. Meiner Meinung nach hängt das Ganze natürlich miteinander zusammen. Wenn man auf der sachlichen Ebene, auf der argumentativen Ebene offensichtlich nichts dieser Partei entgegenbringen kann, möchte man halt verbieten. Und es erinnert mich auch ein bisschen an die Situation um das Tempolimit. Wir wissen um das Tempolimit, dass das immer wieder so der Wunschkandidat von verschiedenen Politikern ist. Dass aber wiederum dieses schon mehrfach im Bundestag abgelehnt mehrheitlich wurde und auch im Bundesrat mehrheitlich abgelehnt wurde, interessiert sie nicht. Sie fordern immer wieder eine erneute Prüfung, eine erneute Testanalyse, ob das Ganze doch noch integriert werden sollte, das Tempolimit. Genauso wie mit dem AfD-Verbot. Wir fordern das einfach so lange, bis es irgendwann die Mehrheit findet. Genau so komme ich mir hier vor. Und das kann es doch nicht sein. Das hat doch von diesen angeblichen Demokraten und diesen demokratischen Parteien nichts mit Demokratie zu tun. So lange zu wählen, bis das Ergebnis stimmt. So lange zu fordern nach einem Verbot, bis endlich etwas verboten ist, was einem nicht gefällt. Es ist wirklich unfassbar lächerlich. Und dann sehen wir das Ganze hier. Die AfD eilt von Erfolg zu Erfolg. Wohl auch deswegen will SPD-Chefin Esken ein Verbot der Partei antreiben. Sie fordert erneut, einen solchen Prozess gegen die AfD zu prüfen, wie es hier heißt. Und im Zitat sehen wir das Ganze dann hier. Ein Parteienverbot ist zwar mit hohen Hürden verbunden, aber ich bin überzeugt, dass wir dies immer wieder prüfen sollten. Sie betonte die Notwendigkeit, über ein Verbot der AfD zu diskutieren, um auch Wähler zu sensibilisieren. Ja, also ich bin auch für ein Parteiverbot. Definitiv von der SPD und von den Grünen, könnte ich jetzt sagen. Ich bin absolut gegen Verbote, Leute. Deswegen versteht mich nicht falsch. Aber das wäre das gleiche Niveau, wenn ich dieses jetzt fordern würde. Ich fordere ein Verbot von Saskia Esken. Und ich fordere ein Verbot, dass Saskia Esken sich über Verbote auslassen darf. Was wäre denn das für ein Rechtsstaat, wenn so etwas verboten wäre? Natürlich, wenn in einer Partei solche Bestrebungen wären, die der Demokratie schaden. Absolut legitim. Keine Frage, dass wir so etwas nicht haben möchten und brauchen. Aber es wird ja auch nie richtig belegt, warum ein Verbot denn hier sinnvoll sein soll. Weil ein Kandidat sich irgendwie schlecht geäußert hat. Weil der ganz schlimme Äußerungen getroffen hat. Was passiert denn in der AfD? Zahlreiche, ich sag mal, Screenings, Überprüfungen, bevor jemand in die Partei aufgenommen wird. Und wenn er drin ist und sich absolut pfleglich verhalten hat und geäußert hat, werden Parteiausschlussverfahren durchgeführt. Eben genauso wie in den anderen Parteien das auch der Fall ist. Also von daher ist es doch absolut irrational. Oder fordert eine Alice Weidel irgendwelche dubösen Sachen, die gegen den Rechtsstaat sind? Ein Tino Chrupalla? Wer macht das denn? Das ist doch absoluter Schwachsinn, was hier wieder versucht wird darzustellen. Aber wir sehen ja an den aktuellen Umfragen, dass viele Leute das nicht mehr hören können und wollen. Und sich davor auch nicht zurückschrecken lassen, diese Partei zu wählen. Wir sehen es in der aktuellen Umfrage. Ich habe ein Video dazu im Olli-Redet-Kanal gemacht. SPD fliegt aus Landtag in Sachsen und die AfD gewinnt in der aktuellsten Umfrage. Denn, wenn wir uns das angucken, nicht ohne Grund bekommt die AfD in Sachsen 37 Prozent. Ein absolutes Wahnsinnsergebnis hier von Seaway gemacht worden für die sächsische DE. CDU 33 Prozent gleich geblieben. Und die SPD raus aus dem Landtag. Rausgeflogen mit drei Prozent. Und vielleicht genau deswegen kommen jetzt gerade solche Verzweiflungsverbotsorgien, die hier fordern, Mensch, es muss doch jetzt endlich mal verboten werden, sodass wir dann wieder besser dastehen. Weil diese 37 Prozent würden ja nicht nicht wählen, sondern würden sich ja dann auf die anderen Parteien verteilen. Und dann wäre alles wieder gut und man könnte wieder in Ruhe kuscheln und gemütlich dem Steuerzahler Punkt, 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 über das Geld aus der Tasche ziehen. Wer weiß, wer weiß. Nein, Leute, das ist absolut lächerlich und das hat mit demokratischen Verhältnissen nichts mehr zu tun, was hier für Forderungen kommen. Und sowas muss definitiv diskutiert werden, dass es eben nicht dazu kommt. Ganz klare Ansage hier von mir an dieser Stelle. Das ist absolut unsäglich. Wenn wir uns auch überlegen, dass das Ganze ja nicht nur von der SPD gefordert wird, sondern beispielsweise eben auch hier von dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, sehen wir das ja ebenfalls. Und das ist halt schon wirklich unfassbar, wenn der ehemalige Ostbeauftragte, der Wanderwitz von der CDU, das Ganze ebenfalls fordert. Hier Operation AfD-Verbot läuft auf Hochtouren, hatte ich das Video von einer guten Woche genannt. Geht zurück auf diesen Artikel hier bei Apollo News. Und da zieht man so verschiedene Parallelen bezüglich dem NPD-Verbot. Und wer das nicht weiß, die NPD ist in Deutschland nicht verboten. Nein, aber aus einem gewissen Grund. Sie ist aus dem Grunde nicht verboten, zumindest laut dem Verfassungsgericht, weil man gar nicht die Gefahr gesehen hat, dass die Partei so viel Zustimmung bekommen könnte. Und dementsprechend, es könnte tatsächlich, hatte ich auch, guckt euch dieses Video gerne in Gänze nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es könnte vielleicht wirklich zu einem Verbot der Alternative für Deutschland kommen. Insofern, dass das Bundesverfassungsgericht dann sagt, okay, die muss verboten werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sehr, sehr gut gewählt wird, dass sie sehr viel Zustimmung weiterhin bekommen wird, ist relativ hoch. Das hat man damals bei der NPD nicht gesehen und dementsprechend gar keine Gefahr gesehen, dass sie eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Also von daher, da kann man sich jetzt auch nicht hier in Sicherheit wiegen oder ähnliches, wie man es ausdrücken möchte, sodass da gar keine Wahrscheinlichkeit besteht. Wir gucken nochmal zu Frau Esken, was sie denn weiterhin hier noch gesagt hat. SPD-Chefin spricht von großem Schaden für Deutschland. Ja, das sehe ich definitiv auch. Spätestens seit den letzten zwei Jahren der Ampel, besonders durch unseren Olaf Scholz als Bundeskanzler, der hoffnungslos überfordert ist, seine Truppe irgendwie auch nur ansatzweise, ich sag mal, seriöse Bahnen zu führen und zu leiten. Ja, aber sie sieht das ein bisschen anders. Esken warnte vor den möglichen Folgen weiterer Wahlerfolge der AfD in diesem Jahr. Die aktuellen Umfragen sind für uns eine Warnung. In den nächsten Monaten werden wir deutlich machen, dass unserem Land großer Schaden droht, wenn die AfD politische Macht bekommt. Das wäre ein großer Bruch und eine große Gefahr für die demokratische Kultur, für unser Gemeinwohl und unseren Wirtschaftsstandort. Also es soll angeblich noch schlechter gehen, als nach zwei Jahren Ampelregierung, wo wir die höchsten Strompreise der Welt haben, wo wir hohe Gaspreise haben, wo wir keine Energiesicherheit mehr haben, wo wir die letzten AKW abgeschaltet haben, wo wir so viele Unternehmen haben, wie seit 15 Jahren nicht, die das Land verlassen, wo wir so viele wirkliche Fachkräfte haben, die das Land verlassen, mit den Firmen teilweise weggehen, wo wir so viele Probleme in Deutschland haben. Da soll die AfD, Zitat, eine große Gefahr für die demokratische Kultur, für das Gemeinwohl und unseren Wirtschaftsstandort darstellen. Das ist eine interessante Interpretation dessen, was denn eine Partei machen können soll, die aktuell noch nicht mal in irgendeiner Regierungsverantwortung, sei es im Land oder im Bund ist. Finde ich ganz interessant, was das für eine Herleitung ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was denkt ihr? Kommt ein AfD-Verbot? Ja oder nein? Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten und ciao.